UNTERTITELUNG SINESTRO Was will der denn hier? Film weiter, Jessica. Wie es aussieht, ist SINESTRO der oberste Chef der Kuruga Akademie und Leiter des Yellow Lantern Corps aufgetaucht. Oh ja, ich hoffe und bitte, dass meine Schwester Blackfire zurückkehrt. Die siehst du schon noch früh genug. Schließlich kommst du jetzt nach Kuruga mit mir. Komm mit, ich will bessere Aufnahmen von der Action haben. Du solltest jetzt gut aufpassen. Oh ja, ich brauche in der Tat jemand Schnelles für mein Dream Team. Gib sie wieder frei. Nur keine Angst, denn du begleitest sie auch. Superhero High hat Kuruga um den Sieg bei den intergalaktischen Spielen gebracht. Wozu es niemals wieder kommen wird. Schlaft ein bisschen, meine Superhelden. Ich brauche euch gut ausgeruht. Das Training beginnt, sobald wir Kuruga erreichen. SINESTRO, lass meine Freunde frei. Oder du spürst die Rache der Fledermaus. Ich benötige echte Superkräfte für mein Team. Mir fehlt lediglich Supergirl. Gehen wir näher ran, Jessica. Supergirl. Supergirl, kommen! Was? Der Empfang hier in der Nähe von Netsu ist schrecklich. SINESTRO ist hinter dir her. Halt dich ja fern von der Erde. Ihr braucht mich auf der Erde? Ich bin sofort da. Es wird schon alles gut gehen. Mich wird hier schon niemand finden. Die Green Lantern ist wieder da. Jessica Cruz, du bist außerwählt worden, die Junior Green Lantern für die Erde zu sein. Ah, ah, ah! Mit dem Umhang, das liegt man bei, dazu sind wir bereit. Mit dem Umhang, kommt die Zeit nur gut, das zu tun. Mit dem Umhang, der DC Superhero Girls.